ARD Text im Auftrag von Funk Guten Morgen! Guten Morgen! Und du, was machst du Schönes? So gut, ich hab ein Zauberer. ARD Text im Auftrag von Funk Guten Morgen, Mädels und Mädels! Guten Morgen, Mr. Bison! Ja, das ist mein Name, Mr. Bison. Hallo! Oh, okay! Marke, an an easels on the yard! Oh, was ist das? Yes, Elvie. Butterfly. Butterfly, yes, that's right. Können wir mal wiederholen, das Wort? Stromi-Tierchen! I need one, two, three, I need four trees. Sehr gut Möglichkeit, ein wichtiger Begriff, den wir uns merken. Hä? Weißt du dich? Hoffentlich kommen die Wiederholung über die Stacklein. Keine Fettstifte und Brotestifte. Das ist schon sehr gut, aber die Trille ist noch die letzte. Bei Sander! Die Nummer. Wieder appliciert, bei Mrs. Butterfly. Erster Dank. Du legst jetzt mit Jetser deine Karten zusammen. Ihr guckt, welche Möglichkeiten ihr schon gefunden habt. Zeig mal, welche hast du? Und ihr wart super! Super! Ah, oh! 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 Oh, 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 oh! Komm, wir ausladen! Weißt du? Komm ran! Hier, okay, kannst du den nehmen. Einmal von dieser Seite hier. Komm mal hier rüber zu mir. Daher. Lauf ein Flanale. Ja, der! So. Weil da kann man sich verletzen. Das ist so ein Kraut. Die kann man sogar essen. Ja, ja. Okay, dann können wir da alle zusammen. Können wir quasi loslegen? Ja, ja. Ich hab da nur eins. Das ist, glaub ich, besser, oder? Das ist schon wackelig, oder? Boing, 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 boing. Und tipptopp ist vorwertig. Sowieso super. Ja, stimmt. Manchmal sind die jetzt hier eher weinend am Ende. Ja! Ja! Linda hat gewonnen. Sind alle hinter Linda? Okay. Ja! 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 Eine Pause! Ja!